Welten machen ist eine Entdeckungsreise. Eine Entdeckungsreise zu den Landschaften des Geistes von zwölf zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen, die hier Visionen entwerfen, die hier Rückblicke zeigen, die hier eben Welten machen. Die Entdeckungsreise in Sachseln beginnt mit kleinen Modellen, die den ländlichen Alltag und sogar den historischen Alltag in der Schweiz abbilden. Sie geht dann weiter über fantastische Welten, ebenfalls im 3D-Format und wird zunehmend abstrakt. Wir sehen hier Fotos von Modellen, wir sehen Landschaften, die nur im Kopf der Künstler existieren, wir sehen Architektur, die im luftleeren Raum schwebt, wir sehen riesige Panoramen voller Geschichten und monumentale Collagen mit noch mehr Geschichten. Wir sehen Welttheater mit Charakteren aller Couleur und begleiten sogar einen Kunstschaffenden auf einer Reise ins Baba Yaga-Wonderland. Mein Ziel ist es, dass alle Besucherinnen und Besucher dieser Ausstellung diese mit einem Lächeln verlassen. Ich hoffe, dass unsere Besucherinnen und Besucher irgendwo etwas finden, das sie auch emotional berührt, irgendwo etwas finden, das sie vielleicht irritiert, etwas, das sie bewegt, irgendwo in diesen Welten. Ich hoffe, dass unsere Besucherinnen und Besucher sind.